Normalerweise hätte ich wohl so geheiratet und mein Freund so. Doch dann haben sich Chaya Krishnan und Franziska, das bin ich, ineinander verliebt. Ich meine, du hast ja schon immer so einen unheimlichen Faible für Indien schon gehabt und der erste Freund war auch ein Halbinder. Mit, sagen wir mal, Dunkelhäutigen hast du das Schilmergut kennen. Ja, das andere darf ich ja nicht sagen. Für Jays Eltern war unsere Liebe so etwas wie die Rache der Götter. Denn eigentlich hätte er ein indisches Mädchen heiraten sollen. Aus derselben Kaste natürlich. Und alles von den Eltern arrangiert. Vielleicht müssen Jays Eltern einfach mal jemanden treffen, bei dem es mit einer Liebesheirat ganz wunderbar klappt. Zum Beispiel meine Eltern. Also, Hochzeit kostet Ka-ja-namen. Namaste. Wir können nicht Jake sagen, oder du kannst auch Franzi sagen, die Situation nicht ändern. Und die Übelkeiten der Brechen nehmen wir sicher jetzt aber auch mal mit.